Wie soll ich das sagen? Wir lassen die einfach zurücklaufen, oder? Ja. Du kannst dich auf den Schlitten setzen und halt die Kamera laufen lassen. Ja. Oder fahren wir da die ganze Zeit in die Sonne rein, oder? Ist egal. Ist egal? Ja, das wird schon gehen. Ich frage die Kameras, das ist der Wahnsinn. Ich meine, ich lege das... Nein! Ich frage die Kameras. Ich frage die Kameras, das ist der Wahnsinn. 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 Die Kameras, das ist der Wahnsinn.